So, wir haben wieder jede Menge Wochenende, jede Menge Sonne, jede Menge Wärme und jede Menge Fisch. Es geht wieder richtig steil, wir haben richtig Programm für euch. Wir haben Sonderbesatz in Alduvenstedt heute, da geht auch der Fisch direkt in See. Wir haben morgen Faktor F, 21.04. Sonderbesatz, 500 Kilo wandern hier in den See für euch. Alles Lachsforellen, alles rotfleischig. Und dann haben wir Goldforellen am Rosenweiher für euch. Boah, also Fisch ohne Ende, satt und reichlich. Sichert euch einen Platz, es wird sicherlich sehr, sehr voll werden. Auch Nachtangler, Einlass bis 20 Uhr. Ja, also mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also nochmal, Faktor F, morgen 21.04. 500 Kilo in Schmalfeld. Helder ziehen wir soweit mittig, wie es geht. Also braucht ihr euch nicht hier vorne irgendwo am Helderplatz oder sonstiges irgendwo einreihen. Die Fische werden sich sicherlich irgendwo hin verteilen, wahrscheinlich direkt in den Windstellen. Bei den Temperaturen derzeit. Schmalfeld, äh, Rosenweiher Goldforellenbesatz. Und in Alduvenstedt Sonderbesatz heute. Morgen geht es da dann auch mit ganz normalem Besatz weiter. Also Fische ohne Ende. Das ist das Angelresort. Ich bin Imsen und wir haben richtig, richtig geiles Programm. Und denkt an unseren Sachpreis Samstag. Der neue Flyer geht hoch. Gibt wieder was geiles zu gewinnen. Ja, schauen wir einfach mal. Nächste Woche wird es ein bisschen kälter. Nächste Woche, denkt dran. Vierfacher Besatz am Rosenweiher. Also wer da nicht dabei ist. 8, 10, 12 und ich glaube nochmal, oder 8, 12, 14 und 19 Uhr für Nachtangler dann auch nochmal Besatz. Also Forelle ohne Ende. Vierfacher Besatz. Aber jetzt lasst uns erstmal ins Wochenende steigen. Und dann geht es nächste Woche weiter. Geiles Programm, Freunde. Geiles Programm, Freunde.